Warum muss da immer nachgefragt werden? Ja, wie warum? Weil du dich merkwürdig benimmst. Ich mein, je nach... Merkwürdig? Was ist denn das für ein Scheiß? Was ist denn dein Problem? Du laberst die ganze Zeit nur von dir. Hörst gar nicht zu, was andere sagen oder wie es ihnen geht. Weißt du was? Du hast ein Problem. Bist auf einmal ganz anders drauf. Du hast es immer noch nicht verstanden. Nein, du hast es nicht verstanden. Du tust mir leid. Hätte ich denn einen Mann für eine jüngere verlassen oder was? Du warst eine Wette. Du kleiner Büchser. Alle ziehen! Alle ziehen! Alle ziehen. ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020